Was liefert ihr auch zu den Verlorenen von der Stadt? Ihr wisst schon, die Wilden im Wald. Ja, klar, klar. Wer warst du die? Hier den... Das ist mein Brief. Das war der erste Outtack. Und wo ist mein Geld? Warst du überhaupt schon mal da? Ja, schon. Ich hab mal Dosenfutter hingebracht. Dosenfutter und sowas? Ja, ich hab gehört, die haben more Reddings oder sowas. Aber die sind alle total verstrahlt. Ich weiß, was da drin sein könnte. Das ist ein Liebesbrief. Wahrscheinlich bei einer von denen die Tochter des Hüttlings heiraten. Dann viel Spaß, ne? Mach sie fertig! Verleul, komm! Auf, auf! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Laufere deben. Was? Wie gesagt, den hinterher? Sag das mal! Ihr sollt den hinterher! So! Welche Richtung denn? Ihr sollt den hinterher? Da ist der Verlorene! Warte auf uns, wir helfen dir! Wir haben Krieg geschlossen! Scheiße, Schulte! Der hatte Geld dabei! Super Sache! Das sind alles Einer und Fünfer! Wo sind eigentlich die Plusboden? Gute Frage! Was macht ihr denn hier? Die Boten, die erliefern nicht. Ja, das weiß ich. Aber die Scavenger sollten noch angreifen. Hey! Du hast doch bei Bösem gespoilert eben. Ist schön, wenn man das wieder verplant hat. Ich wollte 10 Sekunden greifen auf die Scavenger an. Wie ist hier der Wahrsager? Oh! Ich glaube, eines von den... Medic? Oh! Ich hatte Geld dabei. Wir können die Manics bezahlen. Fuck! Okay, das hat schon fast funktioniert. Ich hatte nur blöderweise das Kabel im Bild. Ich möchte noch mal sagen, ich kann so nicht arbeiten! Einmal mit Vorken arbeiten! Einmal mit Vorken arbeiten! Genau! Könnt ihr bitte einmal erschießen? Entschuldigung! Ich habe mich völlig gepennt! Ich habe mich völlig völlig gepennt! Noch mal bitte! So? Aber das ist hier! Ich möchte nicht gefilmt werden, bitte! Nein, jetzt muss ich hier etwas anfangen. Ich muss hier anfangen! Jetzt muss hier anfangen! Ich muss hier anfangen! Jetzt muss hier anfangen! Ich muss da anfangen! Es war groß, eigentlich wenn man dann das Trailer erfrischen! Fuck Dixie. Scheiße sind die Kinderladen. Au! Seid ihr eigentlich bescheuert? Sie sind tot. Ja. Hey, komm hier nicht. Okay. Da liegt ja die Stroh rum. Wo das Endzeit ist!